Augentinnitus, die gefährliche Managerkrankheit. Augentinnitus kann jeden befallen. Besonders gefährdet sind Führungskräfte und Unternehmer. Viele Führungskräfte leiden an dieser grausamen Krankheit. Augentinnitus. Kennen Sie nicht? Aber den Ohrentinnitus kennen Sie, oder? Bei dieser Krankheit hören die Befallenden überall und permanent ein Pfeifen. Sie können sich vorstellen, wie seelisch belastend das ist. Manager, die von Augentinnitus befallen sind, die sehen überall und permanent Pfeifen. Das zeigt sich in Aussprüchen wie, hier arbeiten doch nur Idioten. Welcher Idiot hat die eigentlich eingestellt oder lässt sie zumindest hier arbeiten, fragen wir uns. Oder die Verkäufer, die machen einfach nicht, was ich ihnen sage. Wessen Verantwortung ist es eigentlich, Regeln durchzusetzen. Die der Führungskraft, oder? Da wir glauben, was wir sehen, ist Augentinnitus eine schreckliche Krankheit, die die Weltsicht der befallenen Personen sehr schnell ins Negative abkippen lässt. Denn wenn die Führungskraft oder der Unternehmer, das sind die beiden Hauptrisikogruppen, einmal infiziert sind, schlägt der Effekt der sich selbst erfüllenden Prophezeiung zu. Die Befallenen sehen nur noch das, was sie erwarten, das heißt idiotisches Verhalten. Alles, was nicht in das Augentinnitus-Schema passt, wird kurzerhand ausgeblendet. Nämlich das zielgerichtete Verhalten der Mitarbeiter, das dazu führt, dass das Unternehmen Möbel verkauft, Umsatz macht und in über 90 Prozent der Fälle zufriedene Kunden produziert. Eine Schnelldiagnose auf Augentinnitus kann der interessierte Laie folgendermaßen durchführen. Fragen Sie einfach, eine Führungskraft oder einen Unternehmer, was haben ihre Mitarbeiter letzten Monat so geleistet? Bei infizierten Personen folgt eine Aufzählung der gruseligsten Reklamationen, Geschichten von an der Hauptinfo, Bild-Zeitung lesenden Verkäufern, geklauten Klopapierrollen etc. Oft reicht auch schon ein fragend ausgesprochenes Grund, dabei müssen Sie schön die Stimme heben, um eine Literlei der menschlichen Unzulänglichkeit zu hören. So schnell kann die Schnelldiagnose gehen. Die gute Nachricht ist, es gibt ein Gegenmittel, das man sich auch selber verabreichen kann, wenn der Krankheitszustand noch nicht so fortgeschritten ist, dass er zielorientiertes Handeln unmöglich macht. Wann immer Sie Verhalten beobachten, das Sie völlig unverständlich finden und Sie sich nachher darüber ärgern, stellen Sie sich einfach folgende Frage. Was kann ein intelligenten, rationalen, wohlmeinenden Menschen dazu bringen, so zu handeln? Wenn Sie jetzt denken, der Witt kennt meine Mitarbeiter nicht, die sind gerade das Gegenteil. Halten Sie kurz inne. Das Gegenteil von intelligenten, rationalen und wohlmeinenden Menschen sind dumme, bösartige Psychopathen. Und solche Menschen beschäftigen Sie doch wohl nicht, oder? Wenn Sie also nicht sofort, wenn Sie nicht sofort auf meine Antwort kommen, hilft die Frage, in welcher Situation hat der Mensch, den ich am meisten verstehe und den ich vorbehaltlos akzeptiere, das heißt ich selber, sich schon mal so oder ähnlich verhalten. In dem Moment, in dem ich bemerke, dass ich manchmal auch so bin, ist der emotionale Druck völlig raus und wir können uns, anstatt sinnlos an der Person herumzunörgeln, mit unserem eigentlichen Job beschäftigen, nämlich das ungünstige Verhalten zu verändern. Wenn Ihre Selbstkritikfähigkeit dafür nicht reicht, helfen folgende Fragen. Liegt das Verhaltensveränderungsprogramm daran, dass der Mensch nicht kann, das heißt an fehlenden Fähigkeiten, Kenntnissen, Mut, Selbstbewusstsein oder dass er nicht will? Der Motivation. Liegt der Grund dafür in der Person selber oder bei anderen Menschen, bei den Kollegen, beim Gruppenzwang oder an seiner Umgebung, wie zum Beispiel der Provisions- oder Anreizstruktur. Die Annahme lautet eigentlich immer, der macht das so, weil er nicht will und weil er ein schlechter, fauler, unmotivierter Mensch ist. Damit haben Sie aber das Problem mit der Person verknüpft und das ist nicht günstig. Denn Sie können menschliche Eigenschaften Ihrer Mitmenschen, Ihre Werte und Motivationsstrukturen kaum beeinflussen. Ändern können wir nur das Verhalten. Kleines Beispiel dafür. Seit Jahren höre ich Unternehmer darüber meckern, dass Ihre Auslieferungstischler keine Reklamationsreparaturen, wenn sie klein sind, nicht vor Ort machen. Ebenfalls seit Jahrzehnten erzählen mir Auslieferungsteams, dass sie keinen kompletten Königkoffer und keinen gut funktionierenden Akkuschrauber auf dem Auto haben. Nur zusammengebracht werden diese beiden Informationen nicht. Warum nicht? Augentinnitus. Gibt es auch eine Schutzimpfung gegen Augentinnitus? So eine Art Immunisierung? Ja, und die funktioniert und tut noch nicht mal weh. Der Funktionsmechanismus ist einfach. Wir können Menschen nicht für Pfeifen halten, die wir gut kennen und verstehen. Wenn zum Beispiel mein Co-Trainer und Geschäftspartner Jürgen scheinbar seltsame Dinge tut, nehme ich sofort an, dass er dafür hervorragende Gründe gehabt haben wird und frage ihn bei Gelegenheit danach. Ich reg mich aber ganz sicher nicht auf. Wie können Sie sich die Schutzimpfung, äh, die Schutzimpfung selber verpassen? Wenn Sie Mitarbeitern und anderen Menschen, denen Sie, die Sie tendenziell ärgern, Partner, Kinder, Kollegen begegnen, praktizieren Sie die Formel AAAA, dreimal A. Nein, das steht nicht für Ankommen, Aufregen, Anschreien, wie es viele Führungskräfte praktizieren. Besser ist, anhalten, anschauen, anhören. Wie sieht das konkret aus? Anhalten. Hören Sie auf, das zu tun, was Sie vorher getan haben und daran zu denken, woran Sie vorher gedacht haben. Konzentrieren Sie sich auf die Person. Zweitens, anschauen. Zwingen Sie sich, die Augenfarbe des Anderen festzustellen, auch wenn Sie die bereits wissen. Damit stellen Sie sicher, dass Sie einen Blickkontakt aufgebaut haben. Jetzt beantworten sich innerlich zum Beispiel folgende Fragen. Wirkt mein Gegenüber froh, ausgeglichen oder gedrückt und gestresst? Wie sieht er aus? Wie ist er angezogen? Wie fühlt er sich vermutlich? Und wie würde ich mich in seiner Lage fühlen? Drittens, anhören. Oberste Regel ist hier, den Gesprächspartner immer ausreden zu lassen. Überprüfen Sie mal selber, wie oft Sie Mitarbeitern ins Wort fallen. Wenn Sie soweit gekommen sind, fällt es relativ leicht, intelligente, einfühlsame Fragen zu stellen, die zu einem Verständnis für den Anderen führen. Wenn Sie diese drei Punkte konsequent durchziehen, sind Sie für den Rest Ihres Lebens gegen Augentinnitus immun. Und außerdem sind Sie noch eine hervorragende Führungskraft. Wenn Sie aber sagen, wer hat denn für sowas Zeit, bedenken Sie, es ist Ihre Gesundheit.